Ja, ich bedanke mich ebenfalls für die Invitation und wünsche euch allen einen guten Sonntag-Afternoon. Spaß beiseite. Um ihre miserable englische Aussprache soll es heute gar nicht gehen. Ausnahmsweise. Es ist ein 55 Sekunden langer Clip im Internet aufgetaucht, in welchem Annalena Baerbock davon spricht, dass sie an der Seite der Ukraine steht, egal was ihre deutschen Wähler denken. Reaktionen aus allen Lagern haben nicht lange auf sich warten lassen. Die einen werfen ihr Hochverrat vor und dass sie ihren Amtseid verletzt habe und die anderen feiern sie wie den nächsten Messias, da sie klare Kante gegen Putin zeigt. Der Fake-News-Verbreiter, Entschuldigung, selbsternannte Faktenchecker und Wahrheitssucher, selten aber Finder. Der Volksverpetzer will herausgefunden haben, dass das erste zusammengeschnitten Video von einem russischen Telegram-Kanal aus verbreitet wurde. Welche Relevanz das genau hat, werde ich später noch erläutern. Ja, aber was genau hat sie denn jetzt gesagt? Vieles wiederholt sich, wir schauen uns aber trotzdem den gesamten Redeanteil an, denn der wurde bisher noch nicht veröffentlicht. Insgesamt sind es etwa vier Minuten. Aber das ist nicht eine deutsche Vision, denn was wir für, was Ukraine ist für, ist für die right, dass jeder Land hat, um ihre eigene Zukunft zu definieren, um sich selbst zu definieren. Also, es geht nicht um Deutschland, aber ich habe das mit meinem Freund Dimitro für eine sehr lange Zeit, denn sechs Monate in einem Zeitpunkt der Krieg sind wie Jahre alt. Und so I know what, not the vision, but what the future of Ukraine is, what Dimitro just said himself. And this is a free and peaceful Ukraine, like every other country in the world. And Ukraine has a right. And this is why we made very clear today at our informal council, but also with an input paper I gave, together with my French colleague, making clear that we stand with Ukraine as long as they need us. And because we all agree on this, and this is not a sentence to applause for, because this is just a normal thing, if you believe in the rule of law and in the freedom in the world, I would maybe give some controversy in the discussion, and I've listened to your speech, which I really valued, but I would disagree on one sentence you said, of saying we shouldn't talk about maybe this war should go on for a longer time. Because if I give the promise as a politician, and luckily in democracy, it could be the chance that people disagree with me, and they say in four years, well, you didn't tell us the truth. But if I give the promise to people in Ukraine, we stand with you as long as you need us, then I want to deliver, no matter what my German voters think, but I want to deliver to the people of Ukraine. Es ist ihr egal, was ihre deutschen Wähler davon halten. Das ist auch der Teil, der massiv in der Kritik steht. Ich möchte euch kurz daran erinnern, dass Minister und Bundeskanzler beim Amtsantritt einen Eid ablegen. Annalena Baerbock hat ihren Eid am 8. Dezember abgelegt. Das war ein Mittwoch. Ich schwöre, dass sich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden. Annalena Baerbock, Bundesministerin des Auswärtigen. Ich schwöre es. Then I want to deliver, no matter what my German voters think, but I want to deliver to the people of Ukraine. Primär wurde Annalena Baerbock für genau diesen Satz kritisiert. Ihr wurde unter anderem, wie bereits erwähnt, Hochverrat vorgeworfen, was für mich ein bisschen weit gegriffen, wenn nicht sogar übertrieben ist. Es gibt auch einige Aussagen, die sie für ihre stabile Haltung loben und eine koordinierte Hetzkampagne herbeifantasieren. Wir versuchen einmal, diese Aussage isoliert zu betrachten. Jeder Politiker, der in der Öffentlichkeit äußert, dass es ihm egal sei, was seine eigenen Wähler denken, verhält sich unfassbar dämlich. Ann-Kathrin Müller vom Spiegel hat der Welt vorgeworfen, Lügen zu verbreiten. Der Volksverpetzer übrigens auch. Eine erste Überschrift zu dem Thema in der Welt lautete Egal, was die deutschen Wähler denken. Später korrigiert zu Egal, was meine deutschen Wähler denken. Für die Debatte ist das aber vollkommen irrelevant, denn Frau Baerbock sitzt hier als Außenministerin aller deutschen Wähler. Und ihre Entscheidungen beeinflussen ebenfalls alle deutschen Wähler, nicht nur diejenigen, die sie bei der Bundestagswahl 2021 gewählt haben. Im Übrigen ist sie über den Listenplatz 1 in den Bundestag eingezogen und hat in ihrem Wahlkreis Potsdam gegen Olaf Scholz verloren und damit kein Direktmandat erzielt. Wie ich an anderer Stelle schon mal erwähnt habe, muss man, wie im Fall von Christine Lambrecht zum Beispiel, nicht einmal als Abgeordneter in den Bundestag gewählt werden, um Minister zu werden. Ja, warum erzähle ich das alles? Die Kritik daran, dass man von die Wähler oder meine Wähler spricht, ist für mich eine billige Ablenkung vom Inhalt ihrer Aussagen. And this is why for me it's important to be always very frank and clear. And this means every measure I'm taking, I have to be clear that this holds on as long as Ukraine needs me. And this is why I think it's so important that we have to be frank. Yes, everybody wishes from us that tomorrow the war stops, but in case tomorrow it wouldn't stop, I will be also there in two years' time. And then sometimes it sounds a bit difficult on the EU level, and this is also where we disagree sometimes on measures the European Union is taking, because every sanction package we have to prepare that it holds also for the next maybe two years. If we don't need it two years long, well, this is great. But if we would need it, it has to hold as long as Ukraine needs us. And we are facing now a wintertime, where we will be challenged as democratic politicians. People will go on the street and say, we cannot pay our energy prices. An dieser Stelle hört das Zitat in dem ersten Video, welches veröffentlicht wurde, auf. Unsere Faktenfüchse und Faktenchecker und Wahrheitssucher, aber eben nicht Finder, haben das komplette Video angeschaut und eben die Wahrheit gefunden. Vermeintlich, die Menschen können ihre Rechnung nicht mehr bezahlen und ich werde sagen, ja, ich weiß, also helfen wir euch mit sozialen Maßnahmen. Das soll jetzt die Kontextualisierung sein, die die vorherige Aussage in ein vollkommen neues Licht rückt. Soziale Maßnahmen sollen helfen, wenn die Menschen ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können. Damit setzt Frau Baerbock mehr Vertrauen in unsere Bundesregierung, als ein Großteil der Bevölkerung es tut. Vor allem die Umfragewerte der SPD zeigen das sehr deutlich. Ja, welche sozialen Maßnahmen sollen das sein? Nochmal 300 Euro brutto für alle? Ja, heute beschlossen wurde eine Einmalzahlung an Studenten in Höhe von 200 Euro und Rentner in Höhe von 300 Euro. Zudem ist geplant, dass es ab Januar eine Fortführung des 9-Euro-Tickets geben soll in Form eines 60-Euro-Monats-Tickets. Diese Floskel mit den sozialen Maßnahmen ist für mich eine Ausrede, eine Beschwichtigung, um sich vor Kritik, eben dieser Kritik zu schützen. Wir schaffen das. Ja, womit? Mit geeigneten Maßnahmen. Na, und welche sind das konkret? Maßnahmen, die geeignet sind und sozial noch dazu. Vielen Dank, ich bin nicht wirklich schlauer als vorher. Was dieses verkürzte Zitat jetzt leider auch verursacht hat, ist, dass selbsternannte Wahrheitssucher, wie eben der Volksverpetzer, sich darauf stürzen und nun behaupten, dass sie ja das so überhaupt nicht gesagt hätte. Der Zusatz, beziehungsweise der weitere Kontext, ändert aber an dem Inhalt ihrer Aussage überhaupt nichts. Für die Politiker wird es sehr schwer werden. Möchtet ihr auch wissen, warum? Es wird eine Gratwanderung werden zwischen, wir wollen auf jeden Fall weiterhin klare Kante gegen Russland zeigen, um jeden Preis und irgendwie müssen wir auch das Volk vielleicht mit kleinen Sonderzahlungen zufriedenstellen, um keine Unruhen zu provozieren. Auch diesen Winter wird der Deutsche nicht auf die Straße gehen. Es könnte ja alles noch viel schlimmer sein. Ja, das könnte es. Soll es das aber auch? Ich bin mir nicht zu 100 Prozent sicher, wie genau dieser Teil hier mit den gespaltenen Demokratien jetzt gemeint ist. Man könnte ihr das mit ganz viel Wohlwollen auslegen. Der nächste Satz lässt es aber in einem anderen Licht erscheinen. Wir stehen mit den Menschen in unserem Land genauso solidarisch wie mit allen Menschen in der Ukraine. Wirklich? Warum sollte das so sein? Sollten Politiker, und ich rede jetzt nicht von irgendeiner idealen Moralvorstellung, dass alle Menschen ja gleich sind und wir auch jeden gleich behandeln, aber sollten Politiker mit allen Menschen auf der Welt genauso solidarisch sein wie mit der eigenen Bevölkerung? Den Menschen, gegenüber denen du einen Eid abgelegt hast? Die Menschen, die deinen Lebensunterhalt mit ihren Steuergeldern finanzieren? Am Ende muss man sich die Frage stellen, wie lange die Sanktionen aufrechterhalten werden sollen. Welchen Preis seid ihr wirklich bereit zu zahlen? Es ist niemals eine gute Idee, so eine absolute Aussage zu treffen, wenn man die Konsequenzen nicht voraussagen kann. Ich würde es mir in diesem Falle wie mit der Impfpflicht wünschen, da seid ihr auch herrlich flexibel in eurer Meinungsbildung, in euren Äußerungen gewesen. Könnte ich es mir aussuchen, würde ich liebend gerne das böse Gas aus Nord Stream 2 nehmen, statt das gute Gas aus Nord Stream 1. Ja, habe ich für irgendeines dieser Probleme selbst eine perfekte Lösung parat? Sicher nicht. Bin ich der Meinung, dass man eine Außenministerin sehr scharf dafür kritisieren sollte, wenn sie sagt, dass sie ihrer eigenen Wähler egal sind? Ziemlich sicher sogar. Ein paar Worte noch kurz zum Volksverpetzer. Dieser will eine Pro-Kreml-Hass-Kampagne aufgedeckt haben über den mutmaßlichen Telegram-Kanal, welcher das gekürzte Video zuerst geteilt haben soll. Insgesamt geht diese Debatte bei dem Forum 2000 vier Stunden lang. 24 Stunden, also kurz nach der Veröffentlichung, hatte der Livestream 1642 Aufrufe. Möglicherweise wäre Baerbocks Aussage nicht in diesem Maße an die Öffentlichkeit gelangt, wie es jetzt der Fall war. Wer trägt hier also die Schuld? Es handelt hier sich nicht um irgendeinen Deepfake und es wurden auch keine Aussagen wirklich verfälscht. Ihr erinnert euch noch an die Rede von Donald Trump, als er über die MS-13 gesprochen hat und alle großen Medienhäuser in Deutschland seine Rede verkürzt gezeigt haben, sodass der Eindruck entstand, er würde dort über alle Mexikaner reden? Wisst ihr, was der Volksverpetzer damals gemacht hat? Richtig? Überhaupt gar nichts. Es sind keine Faktenchecker. Es sind Wahrheitserfinder und Fakten-Dreher. Die Wahrheit spielt vor allem dann eine ganz große Rolle, wenn sie der eigenen politischen Agenda dient. Ihr seid widerliche Heuchler und Lügner. Vor allem du, Thomas. Bitte. Bitte tut mir den Gefallen und schaut euch in Zukunft immer seine Quellen an. Damit verrät er sich in der Regel ganz einfach selbst. Die Mühe machen sich aber leider die wenigsten. Seine Quelle auch in diesem Falle sollte man sich ebenfalls ganz genau anschauen. Auch da stellt man fest, dass hier ein bestimmtes Weltbild verankert ist. Es geht immer gegen Putin, es geht immer gegen Trump und es tauchen immer wieder dieselben Phrasen auf. Die Fakten, die mein eigenes Narrativ stützen, die suche ich mir. Stand so oder so ähnliche auch schon in der Bibel. Oder was der Koran. Ist auch egal. Ich habe selber auf meinem Twitter-Kanal die verkürzte Zusammenfassung in einem kleinen Bild geteilt, wo eben auch ein Teil des Kontextes weggelassen wurde. Für mich wird die ursprüngliche Aussage dadurch aber nicht großartig verändert. Das einzige Problem, was wirklich aufgetaucht ist, dass man eben eine Menge Angriffsfläche geboten hat. Auch daran kann man in Zukunft arbeiten und das ist auch der Grund, warum ich in diesem Video die gesamte Rede eingeblendet habe und mir auch die Mühe gemacht habe, sie selbstständig zu untertiteln und eben nicht etwas zu nehmen, was jemand anderes bisher dazu geschrieben hat. Ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.